Grün oder weiß? Grün, natürlich. Party oder Couch? Es ist wichtig, es ist wichtig. Party nach dem Spiel, aber Couch nach dem Spiel. Kaffee oder Tee? Tea. Black tea? Green tea, ja, mit Zucker. Cola oder Fanta? Water. Nein, water. Was ist dein Lieblingsdruck? Coca, Coca Cola, für sicher. Instagram oder Snapchat? Instagram, ja, für sicher. Ich habe lange Zeit auf Instagram. Oder Coca? Instagram? Ja, aber Instagram ist zu viel Zeit für mich. TV oder YouTube? YouTube, für sicher. WölfeTV. Sorry? WölfeTV? WölfeTV? Was ist das? WölfeTV? 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 Finding einen bistec sch recht alt. Film oder Serie? Filze? Yeah, because series is too long, you know. So, I prefer to watch a movie and after, going to sleep. Do you have a favorite movie for us? Yes, the Wolf of Wall Street? Wolf – Perfekt. Wolf, yeah, of course! Ja, ich gehe zum Film, um neue Filme zu sehen. Das ist besser. Pizza, für sicher. Ich bin Italiener, also ich liebe Pizza. Süß. Ja, süß. Saison oder Urlaub? Ich prefer die Saison, wenn wir Fußball spielen. Ja, natürlich. Ich prefer die Saison. Ja, wenn wir Fußball spielen, ist es besser. Jogging. Ja, für sicher. Ecke oder Freistoß? Ich denke, Körner. Ja, weil ich viel Zeit auf der zweiten Post spende. Und jedes Mal kommt der Ball zu mir. Und ich muss einfach... Und es ist für mich. Ich habe das Ziel. Und das ist okay. Ja, ja, ja. Favorit oder Underdog? Ah, der Favorit. Für sicher. Meisterschaft oder Pokal? Ah, die Liga. Ich denke, die Liga ist mehr prestig. Messi. Weil ich left footed bin. Und ich spende viel Zeit, um Messi mit Barcelona zu sehen. Das ist mein Herz. Lieber 1 zu 0 oder 5 zu 4 gewinnen? Es ist immer das gleiche. Es ist nur gewinnen. Samstag Nachmittag oder Samstag Abend? Night game. Ja. Mit den Lichtern auf. Und für sicher gibt es mehr Menschen, die TV auf Night game sehen. Das ist besser. Anzug oder Jogginghose? Anzug oder Jogginghose? Sweetpants. Ja, ja. Es ist mehr komfortabel. All right. Montpellier oder Wolfsburg? Of course Wolfsburg. Frankreich oder Italien? France. Ligue 1 oder Coupe de France? Ligue 1. Innenverteidiger oder Linker Verteidiger? Left defender. Aber du hast viele Spiels gemacht. Ja, als central defender. Ich denke, ich kann beide Positionen spielen. Aber ich fokussiere mich auf der einen, auf der leften zurück. Griezmann oder Mbappé? Ah, Mbappé. Deschamps oder Zidane? Zidane für den Spieler und Deschamps für den Trainer. Lieber singen oder tanzen? Singen. Aber ich bin kein guter Singler. Nein, ich bin kein guter Singler. Willst du mich singen? Nein, nein, bitte. Ich denke, Nummer 8 hat jetzt mehr Sinn für mich. Also Nummer 8. Le Vigan oder Gange? Le Vigan für sicher. Weil ich lebte, seit ich jung war, in Le Vigan. Ich wurde in Gange geboren, weil es nur ein Hospital gibt. Aber Le Vigan für sicher. Champignons sammeln oder im Wald spazieren? Ja. Le Trois Grasse oder Tour de la Babotte? Le Trois Grasse. Ja, für sicher. Trois Grasse. Das ist die Fontein. Das ist in der Mitte der Stadt. Da ist eine große Fontein. Und das ist der beste Ort in Montpellier. Aquäduck de Saint-Clément oder Porte du Pérou? Ja, für sicher Porte du Pérou. Das ist eine schöne Fontein in Montpellier. Okay. Ratatouille oder Cocobin? Ratatouille. Weil meine Großmutter kookt sehr gut. Ratatouille ist für sicher das Beste. Roussillon oder Guilabougui? Ha! Ich kenne Roussillon sehr gut. Natürlich Roussillon. Aber ich liebe Roussillon. Perfekt. Flanke oder Zweikampf? Tackle. Für einen Defender ist es mehr prestig, um zu tacklen. Distanzschuss oder Kopfball? Distanzschuss. Ja. Crepe mit Marmelade oder Crepe mit Nutella? Nutella. Weil ich ein süßes Mann bin. Danke. Vielen Dank. Okay.